Es sind verstörende Szenen. An der Grenze zu Mexiko drängen beritten US-Grenzpolizisten Flüchtlinge zurück, die versuchen, über den Fluss Rio Grande zu gelangen. Mit Peitschen schlagen sie immer wieder nach den Menschen. Sogar die US-Regierung verurteilt inzwischen das Vorgehen. Regierungssprecherin Pesaki zeigte sich entsetzt. Die Aufnahmen seien furchtbar anzuschauen. Es gebe keine Rechtfertigung für dieses Vorgehen der Polizisten, so beiden Sprecherinnen. Die Aufnahmen werden nun sorgfältig untersucht. Gegebenenfalls werde es Konsequenzen geben. Der Fotograf, der diese Szenen dokumentierte, räumte ein, dass es sich dabei um eine Ausnahmesituation gehandelt habe. Aber es sind Bilder, die einmal mehr zeigen, wie groß die Flüchtlingskrise im Süden der USA ist. Derzeit versuchen tausende Menschen, die Grenze zwischen Mexiko und den USA zu überqueren. Die Flüchtlingskrise